Hallo Freunde, heute wollen wir uns mal mit dem Mythos ungleichfarbigen Läufer beschäftigen. Dazu habe ich euch die Partie von Bernstein gegen Mieses mitgebracht. Und ja, ihr könnt hier mal kurz das Video anhalten und reinschauen, was glaubt ihr, wie ist die Stellung zu bewerten. Und wenn ihr auch glaubt, dies ist tot Chemie, dann lasst euch überraschen. Und damit herzlich willkommen beim Schachstrategen. Schön, dass du dabei bist. Diese Partie fiel mir auf, weil ich mich in einer Variante in der sizlianischen Verteidigung mit dem Vier-Springer-Spiel ein bisschen beschäftigen wollte, das hier nach Springer F6 entsteht. Und hier gibt es natürlich diverse Möglichkeiten und und und. Einer der Hauptzüge für Weiß ist tatsächlich hier dieses Schlagen auf C6. Schwarz schlägt im Regelfall zum Zentrum zurück. Und Weiß spielt E4, E5 und greift diesen Springer an. Und er geht nach D5, ist klar. Und diese Stellung habe ich sowohl mit Weiß als auch mit Schwarz schon so ein bisschen rumprobiert und kann sagen, ich verliere mit beiden Farben. Ich verstehe sie einfach nicht. Kann man nichts machen. Deswegen muss ich mich ja damit beschäftigen. Springer E4 ist noch der Hauptzug und der ist auch noch verständlich. Ich möchte hier auf die schwarzen Felder ein bisschen gucken. Der Haupttheoriezug jetzt hier an der Stelle wäre neuerdings Dame C7, um diesen E5 anzugreifen. F2, F4 zu provozieren und dann mit der Dame nach B6 zu gehen. Diese Diagonale ist offen geworden. Der König könnte ein bisschen unsicher stehen. Wir wollen keine Theoriediskussionen führen, aber das gibt es natürlich alles. Und die Theorie geht hier noch 10, 15, 20 Züge weiter. Das ist unmenschlich. Aber in unserer Partie folgte der Zug und diese Partie fand 1904 statt, kam der Zug F7, F5. Dieser Zug F7, F5 kommt auch in den Hauptvarianten zu späterem Zeitpunkt regelmäßig vor. So früh aber vielleicht eher seltener und diese Partie könnte mit ein Grund dafür sein. Warum? Nun zunächst einmal nach dem Ong Passong, Springer schlägt zurück, gibt Weiß hier auf D6. Schach und es sieht ja nach nicht so wahnsinnig viel aus, was hier los ist, denn Schwarz schlägt diesen Springer und die Dame schlägt zurück. Und jetzt gucken wir mal, okay, wir haben die Rochrate verhindert, das ist gut, wir haben auch das Läuferpaar, grundsätzlich auch gut. Aber um das zu verwerten ist natürlich noch ein weiter Weg. Der Springer geht nach E4, greift die Dame an, die muss ihre Position verlassen. Die ging erstmal nach D4, um den G7 und den E4 doppel anzugreifen, also Doppelangriff. Deswegen ging der Springer zurück und jetzt möchte Schwarz D7, D5 spielen. Oder vielleicht wie auch immer. Und deswegen ging die Dame wieder nach D6 und jetzt könnte man ja von einem schnellen Großmeister Remis sprechen, ne, wenn die Dame wieder nach D4 geht. Aber in unserer Partie hat Bernstein gesagt, nee, ich gehe nach B4, ich bleibe auf dieser Diagonale, verhindere damit immer noch die Rochrate und greife den Springer an. Der muss gedeckt werden, okay, Läufer D3, jetzt hängt dieser Bauer hier auf E4 und Schwarz sagt sich, komm, Dame D6 mit Damentausch. Ja, aber die weiße Dame ist ja angegriffen und ungedeckt. Ja, sie schlägt hier auf D6 und jetzt kommen wir ja schon so dem, dem, puh, sieht nach nicht viel los aus, ja. Und hier schauen wir mal die erste kleine Strategieaufgabe sozusagen für euch. Wie geht es hier weiter? Was machen wir hier? Nun, alle, die den, äh, ich mach mal eine Variante. Alle, die den Zug Läufer F4 gefunden hatten, wunderbar, alles gut. Wir versuchen die schwarzen Felder E5, D6 bis hin nach B8 zu kontrollieren und diesen E6-Bauern auf seinem Feld festzunageln. Ob das so immer ganz gelingen wird, ist noch nicht hundertprozentig klar, da Schwarz vielleicht mal mit E6-E5 hier demnächst ein Tempo gewinnen kann. Von daher, schauen wir mal, in unserer Partie hat Weiß eine ähnliche Idee gehabt, nämlich dieses Feld und diesen Bauern hier zu blockieren, aber er hat nicht Läufer F4, sondern er hat F2-F4 gespielt und damit das Feld E5, ja, für alle Zeiten mehr oder weniger unzugänglich gemacht. Und wir haben hier schon so den ersten leisen Verdacht, dass der weiße, schwarzfeldige Läufer hier über die schwarzen Felder, entweder C5 oder D4 und dann von D4 nach E5, wie auch immer, hier ist die schwarzen Felder vielleicht mal in Gefahr geraten. Okay, Schwarz sagt sich, ich muss meinen Läufer, dieser Läufer auf C8, der ist ja einfach auch schlecht, das kennen wir aus dem Franzosen, der will sich abtauschen und aktivieren und dann ist doch das Läuferpaar weg und dann sieht es doch eh je nachdem nie aus, oder? Ähm, Läufer E3 kam, okay, jetzt sind beide Bauern quasi auf ihren Feldern festgenagelt, können nicht mehr vorlaufen, aber Läufer A6 tauscht halt diesen Läufer. Und jetzt die Frage an euch, ähm, ja, zu welcher Seite sollen wir rochieren? Und wer abend zu mal meine Videos guckt, der wird hoffentlich die Fangfrage entdeckt haben, wir sind kurz vorm Endspiel, was machen wir also, wir rochieren natürlich gar nicht mehr, kein Damen-Ombrett, gar nichts mehr, ja, wir bleiben im König in dem Zentrum, hier will der doch sowieso hin. Und der König verbindet nicht nur die Türme, der ist auch sehr schnell irgendwie am Zentrum hier irgendwo dran, um diese Felder zu kontrollieren. Und schwarz spielt Springer C4. Hier müssen wir einmal eine kurze Variante gucken, wenn der Läufer jetzt hier den Läufer schlagen würde, dann würden wir wieder zurückschlagen. Ich hoffe, ihr habt es gesehen, mit dem Bauern. Damit wird dieser Bauer auf D3 zum Isolani, zu einer potenziellen Schwäche, ja, aber dieser Bauer hat natürlich auch Vorteile, sprich die C-Linie gilt auch für unseren Turm. Der Springer selber hat auf C4 und auf E4 keine Schlitzpunkte mehr. Ja, und dann können wir versuchen, auf die C-Linie den C6-Bauern irgendwie anzugreifen mit Turmverdoppelungen, ja, und so weiter und so fort. Ähm, und dieser Bauer als Schwäche, oder respektive dieser Isolani auf D3, ist jetzt keine wirkliche Schwäche, weil er nicht angegriffen werden kann. Also, nominell natürlich schon eine Schwäche, aber in der Praxis nicht. Ah, okay. Ähm, in der Partie folgte aber Springer C4. Und nach dem Tausch haben wir hier unsere Stellung, die ich eingangs gezeigt hatte, und wir haben ungreiffarbige Läufer, alles getauscht, nix los, Tod Chemie, oder? Nun, um der Wahrheit die Ehre zu geben, ich glaube, ah, so einen symbolischen Vorteil wird Weiß hier schon haben. Er hat hier mehr, mehr Einfluss mit seinem schwarzfeldigen Läufer auf den schwarzen Feldern, als der Weiße mit seinem Läufer. Der wirkt wirklich ins Leere und muss nur seine Bauern verteidigen. Ähm, aber reicht das, um irgendwie einen Vorteil nachzuweisen? Ja, so einen kleinen Vorteil hat Weiß tatsächlich. Und er spielt hier einen guten Zug, den ich aus menschlicher Sicht wunderbar verstehen kann. Und, um einen kleinen Spoiler-Alarm, ja, wer solche Partien öfter mal nachspielt und denkt, so eigentlich nix los, aber das, was der Weiße macht, hat irgendwie Hand und Fuß. Und das verstehe ich. Und das macht Sinn. Aus menschlicher Sicht, ja. Der wird hoffentlich dann auch im Laufe der Zeit besser werden. Dass die Engine hier ungefähr Ausgleich sagt, dann ist es halt so, ja. Wobei die jetzt noch nicht mal wirklich Ausgleich sagt, aber 1,5, aber, ja, spielt keine Rolle. Wir brauchen ja Ideen. Und die kann uns die Engine nicht sagen, sondern die kann uns nur ein Mensch sagen und, oder zeigen. Weiß spielt hier den schönen Zug A2-A4. Damit legt er diesen A5 auf dem schwarzen Feld fest. Er fixiert diesen Bauern. Und damit ist dieser Bauer potenziell durch den Läufer angreifbar und mehr oder weniger ein Kind des Todes. Jetzt könnte man sagen, hey, hier, der Bauer steht doch auch auf Weiß. Auf A4. Warum ist der jetzt kein Kind des Todes? Nun, erstens kann der natürlich noch von B2, B3 gedeckt werden. Und dann haben wir hier so eine Kette. Und auf C2, das hinterste, oder das, ja, hinterste Glied einer Kette, ist natürlich immer das schwerste anzugreifende. Und hier kriegt Schwarz keinen Druck drauf. Erstmal nicht. Von daher ist hier auch keine Schwäche wieder zu erkennen. Aber der A5 ist eine Schwäche. Schwarz bleibt im Zentrum. Der Läufer wird vertrieben. Der muss passiv zurückgehen. Wir gehen nach B6, greifen den A5 an und schon hängt der, ja. Und wir sehen auch, der Läufer hat nicht viele Möglichkeiten, irgendwas von uns anzugreifen. Der muss zurückziehen, um den Bauern A5 gedeckt zu halten. Und jetzt kommt schon der König. Und dann sehen wir auf einmal, aha, der König versucht hiermit, die schwarzen Felder zu kontrollieren, um diese Bauern hier festzunageln. Mhm. Nummer 6, Läufer C5. Nicht nur, dass wir die schwarzen Felder weiter kontrollieren. Wir kontrollieren jetzt auch zum Beispiel das Feld F8, dass der schwarze Turm nicht in irgendeiner Form mal über die F-Linie irgendwie aktiv werden kann. Der andere Turm von A6 kommt natürlich auch nirgendwo hin. Nach B6 geht nicht, nach A7 geht nicht. Also ihr seht schon, die Möglichkeiten des Schwarzen sind eingeschränkt. Er versucht, den König zu aktivieren. Das machen wir auch. Um dem Läufer ein Feld freizumachen. Und dieser Läufer möchte jetzt im Zweifelsfalle mal entweder nach E8 oder nach G6, H5, wohin auch immer, irgendwie vor die Kette, irgendwie aktiv sein, mitspielen. Das wäre sicherlich sehr, sehr vernünftig. Mhm. Weiß bringt erstmal eine Figur ins Spiel. Natürlich. Wir halten den E6 wieder im Auge und verhindern damit, dass Läufer E8 gespielt werden kann, weil der Bauer einfach hängt. Ja, und so richtig verteidigen kann man den jetzt im Augenblick auch nicht. Geht der Turm hierhin, nach E8, kommt der Läufer eben nicht mehr dahin. Hm. Ja, was tun. Und man muss das ja auch aus zwei Blickwinkeln immer sehen, so eine Stellung. Die eine Seite macht Druck, nicht weiß. Und die andere Seite, die leidet. Die leidet bei jedem Zug, weil sie nicht weiß, was sie machen soll. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass in der Praxis, so in normalen Opens, der Schwarze hier schon mindestens siebenmal Remi angeboten hätte, weil ihm langweilig ist und weil er sagt, das ist nicht so, ist doch scheiße, wieso spielst du noch und so. Haben wir alles schon erlebt. Aber er muss eben bei jedem einzelnen Zug von jetzt an, respektive schon einige Züge lang, aber auch die nächsten 40 Züge, er muss immer wieder Entscheidungen treffen, er muss immer wieder mit der Passivität klarkommen. Das macht wenig Spaß, ja, keine Frage. Und dann kommt so Pläne wie H5, kommen da sehr, sehr häufig vor. Die Idee von H5 ist es, ja, vielleicht hier, ich stelle die Bauern alle auf weiß, deck den einfach und dann sieht zu, bitte klarkommst, wie du hier jemals irgendwas angreifen und erobern willst. Und das ist die falsche Strategie. Im Grunde sollten diese Bauern, naja, erstmal grundsätzlich auf die andere Felderfarbe des eigenen Läufers gehen, damit sie im Zweifelsfalle mit G5 mal Linien öffnen können und auch mit dem Läufer zusammenspielen. Dieses H5 ist einfach super, super passiv und wir werden sehen, dass eine lange passive Verteidigung im Regelfall nicht zur erfolgreichen Verteidigung führt. Und auch dieses Beispiel hier ist wieder ein Beispiel dafür. Durch den Zug H5 entsteht noch eine weitere Schwäche, auch auf den schwarzen Feldern, nämlich das Feld G5. Erstmal blockiert unser Turm den E-Bauern, wir wollen hier rüberschwenken, den angreifen. Der wird gedeckt, ja, alle Bauern auf weiß, der Läufer ist dadurch noch schlechter, aber immerhin, wir können ja den G6 hier erstmal relativ problemlos decken aus schwarzer Sicht. Und deswegen ist hier auf den ersten Blick auch kein Fortschritt zu erkennen. Aber die unterschiedliche Aktivität der Figuren, unsere Türme sind aktiver, okay, der ist jetzt noch nicht, aber der wird ja auch gleich hier irgendwie mitspielen. Der König ist so viel aktiver als der gegnische König. Unser Läufer ist so viel aktiver als der gegnische Läufer. Da muss irgendwas gehen, ja, das können wir zumindest risikolos probieren. Und so hat Bernstein hier auch gemacht, mit König E5, den König aktiviert. Und Schwarz sah sich schon gezwungen, quasi hier einen Bauern zu geben. Bleibt die Frage, nehmen wir diesen Bauern? Was ist die Idee von Schwarz bei diesem Bauernopfer? Und ich hoffe mal, ihr kommt nicht auf die Idee, diesen Bauern zumindest jetzt noch nicht so frühzeitig zu nehmen. Hat Weiß natürlich auch nicht gemacht. Er hat Turme E1 gespielt. Wir schauen mal. Nämlich die Idee von Schwarz im Allgemeinen ist es, diesem Bauern loszuwerden, um mit dem Läufer hier nach F5 zu gehen. Dann ist der Läufer gedeckt, der Läufer deckt die Bauern, der Läufer steht vor der Kette, der Läufer ist aktiv. Er kann auch mal was angreifen und so weiter. Und das zum Preis von nur einem kleinen, minimalen Bauern. Hier in der konkreten Stellung könnte man sagen, ja, wir gehen jetzt hier aktiv ran mit dem König. Der Turm hängt und dann hängt der Bauer. Und, äh, aber der Bauer hängt nicht so, ja, hängt der denn wirklich, ja, weil wenn ich den schlagen würde, muss man immer auf Laufer E8 aufpassen. Und auf König G8 kommt hier noch ein Abzugsschach wieder. Der König muss wegziehen. Und jetzt sehen wir mal, was hatten wir davon, dass wir diesen einen Bauern am Anfang geschlagen haben. Die Stellung hat sich geöffnet. Ich habe einen Bauern mehr, ja, Glückwunsch. Aber jetzt ist natürlich auch so viel aufgegangen, dass auch im Zweifelsfalle der, ähm, schwarze Turm mal oben über die Grundreihe mal irgendwann aktiv eingreifen kann. Hier stehen die Bauern jetzt wirklich auf weißen Feldern und sind verwundbar. Und am Ende des Tages tauscht sich hier sehr, sehr viel ab. Und, äh, die Remischancen sind für Schwarzen hier deutlich, deutlich erhöht worden. Und deswegen hat, äh, der Weiße hier diesen Zug Turm nach E1 gespielt. Und diesen Bauern gar nicht genommen, ja, und damit diesen Läufer hier weiterhin blockiert gehalten. Und das ist viel, viel effektiver als das reine materielle Denken. Der Turm geht zurück. Der König kommt dran. Natürlich. Er möchte Richtung, äh, Richtung dem G-Bauern natürlich schon mal gucken. Keine Frage. Läufer D7 versucht, den Bauern wieder zu decken. Und, äh, hier ist im Grunde wieder eine ähnliche, eine kleine, aber doch, naja, hältniss, äh, mäßig offensichtliche, naja, Falle will ich es mal nennen. Ähm, wenn Weiß nämlich diesen, diesen Bauern hier nimmt. Und dann, schlagen, schlagen, schach und der Turm wird aktiv. Ja, und dann haben wir das gleiche Problem wie eben. Ja, wir haben ein Bauern mehr und wahrscheinlich ist die Stellung auch noch leicht besser. Aber sie ist deutlich, deutlich schwerer zu verwerten als von unserer Ausgangstellung her. Der schwarze Turm ist aktiv, der Läufer kann aktiv werden, äh, ja, und aktive Figuren des Gegners bedeuten ja immer Stress. Und deswegen, äh, haben wir in unserer Partie hier einen, wieder einen sehr, sehr einfachen, aber schönen Zug. Nämlich, dass wir sagen, ähm, wir schlagen überhaupt nichts oder wir verbessern erstmal unsere Stellung. Jetzt denken wir zum Beispiel den G2-Bauern, der in unserer Variante ja eben hing, ne? Turm A, E8, okay. Jetzt könnten wir den G-Bauern ja immer noch schlagen, aber selbst jetzt machen wir es nicht. Warum nicht? Wir verbessern erst unsere Figurenstellung. Turm 1 nach E5, wunderbar. Ja, wir müssen, wir müssen immer respektieren, dass dieser Läufer wichtig ist, damit wir hier nicht mit unserem König auf einmal irgendwie matt gesetzt werden, ja? Aber das ist einfach so, der Läufer deckt das Feld und wenn ein Turm weg ist, ein Turm alleine reicht nicht zum Matt setzen. Ja, und Schwarz hat mehr oder weniger so einen halben Zugzwang auf, auf einem Brett. Er kriegt den G6 nicht so richtig gedeckt. Was soll er machen? Er hat hier Turm H8 gespielt, ja, und schon fällt uns der erste Bauer quasi von alleine in den Schoß, ohne dass wir schwarze Figuren haben zu sehr aktiv werden lassen. Turm H7, Turm G7, okay. Schwarz versucht diesen Bauern auf H5 gedeckt zu halten. König G6, König H8. So, jetzt könnten wir doch hier den Bauern schlagen, oder? Ah, bitte nicht, bitte nicht. Wenn wir das täten. Ob, ein schlechter Zug, ja, und dann ist nicht nur der Turm weg, sondern auch die ganze Partie. Eieieiei, deswegen da bitte einmal kurz aufpassen. Aber sollte ja nicht so schwer sein, hier König G7 zu finden. Nicht, dass der Zug in sich so stark ist, ja? Aber er vermeidet die Fälle, der Turm kann den H-Bauern nicht mehr gedeckt halten. Er muss wegziehen, und dann fällt der zweite Bauer. Mhm. Dann haben wir schon zwei mehr Bauern, ohne dass Schwarz aktive Figuren hat für Gegenspiel. Läufer E8 greift den Turm an, geht auf die siebte Reihe, droht ein Abzugsschach. Und nach dem Schach gehen wir natürlich auf ein schwarzes Feld, damit wir gar nicht irgendwie in Gabeln oder sonst irgendwas reinlaufen. Und nach dem Turmtausch könnte man sagen, hey, Moment, um der farbige Läufer, habe ich doch gehört, soll Remis sein. Nur wenn die Bauern ineinander verschachtelt und verkettelt sind. Hier habe ich auch mit Weiß einfach hier zwei Freibauern. Die laufen einfach, vor allem mein König ist, schon so gut, dass hier die Bauern unterstützt werden. Deswegen da ist nichts mehr mit blockieren. Läufer H5 kam, H4 und Läufer D1. Und jetzt kriegen wir ja vielleicht auf den ersten Blick so einen kleinen Schreck. Der C2 fällt vielleicht mit Schach. Der B3 fällt vielleicht auch noch. Aber selbst wenn wir diese beiden Bauern, oder vielleicht der A4, drei Bauern abgeben, was passiert? Diese Bauern, der ist blockiert. Da geht gar nichts. Dieser Bauer ist blockiert. Da geht gar nichts. Dieser Bauer ist blockiert. Da geht nichts. Und der König ist auch super passiv und kommt hier erstmal ein paar Stunden lang nicht raus. Das heißt, der einzig potenzielle Freibauer des Gegners wäre ja dann dieser A-Bauer. Aber 1, 2, 3 mal den Bauern schlagen, Läufer weg, den 4 und dann 5. Und dann habe ich 5 Züge gemacht und dann werde ich hier aufgehalten. Komme also auch nicht weiter. Und 5 Züge können wir uns ja sehr leicht ausrechnen. Dass ich mit meinem König weggehe und 1, 2, 3, 4, ich bin schon in 4 Zügen, bin ich schon durch. Das geht super schnell. Und hier braucht Weiß im Grunde nur noch auf seine Bauern zu setzen. Er hat es in der Partie mit C2, C3 gemacht. Einfach zu sagen, ich halte einen der Bauern über, um nochmal ein bisschen mehr Kontrolle hier über diese Felder zu haben, damit die keine Freibauern sind. Wer König G7 gespielt hätte, wäre auch völlig in Ordnung gewesen. Weil ich hier mit dem Bauern sofort loslaufe. Und am Ende des Tages muss der Läufer jetzt zurück, um sich da zu opfern. Aber die schwarzen Bauern sind eben keine Freibauern. Und der G-Bauer will einfach durchlaufen. Zur nächsten Dame. C3 ist aber auch okay. Und nach Läufer B3, E4. Ja, sehen wir die Weißen Bauern. Unstoppable. Der König kommt natürlich viel zu spät. Auch das Verzweiflungsopfer, um den König zu aktivieren. Da halten wir uns einfach nicht lange mit auf. Wir haben jetzt drei gedeckte Freibauern. Geht der Bauer durch. Nach E4 haben wir sich wieder wunderbar blockiert. Da geht überhaupt gar nichts. Und Läufer A4, F6. Und jetzt droht einfach schon F6, F7. Unsere Bauern sind einfach viel, viel schneller. Da ist nichts mehr gegen zu machen. Der Läufer kommt auch nicht mehr zurück, um irgendwas aufzuhalten. Ja, und im Zweifelsfalle spielen wir gleich als Nächsten König G7. Und dann zieht der Bauer durch. Und das war's. Wow, was für eine Partie. Ja, also technisch natürlich anspruchsvoll. Keine Frage. Und wenn ich euch jetzt mal spontan fragen würde, für alle die, die bis zum Ende des Videos durchgehalten haben. Es gab tatsächlich eine Stelle, wo Schwarz irgendwie aktiver hätte spielen können. Und was aber überhaupt nicht leicht zu sehen war. Und ihr habt's gesehen. So richtig offensichtlich war es nicht. Aber wer die Stelle gefunden hat, darf gerne das in die Kommentare schreiben. Und darauf würde ich mich freuen, wenn der eine oder andere eine Idee hat. Alles klar war. Noch Fragen? Und wer noch mehr zu diesem Thema Wissen will, der schaut sich gerne links dieses Video an. Oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem Kanal um. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.